Neue Ausstellung im Bürgerhaus Schortens. Großformatiges Querbeet ist dort für die kommenden vier Wochen zu sehen. Und so heißt auch die Ausstellung der Wilhelmshavener Künstlerin Angelika Glaub, die am Montagabend im Beisein zahlreicher Kunstfreunde eröffnet wurde. Großformatiges Querbeet versammelt einen Querschnitt aus Angelika Glaub's Arbeiten in den Formaten ab 60x80 bis 120x120 cm. Erst in diesen Formaten entfalten die plakativen Farben ihre Wucht. Durch alle Werke, ob Aquarell-Auswaschtechnik auf Papier sowie Acryl auf Leinwand, ziehen sich die Themen Natur und Architektur in Form von Reiserinnerungen und abstrakter Stadtlandschaften.